70,43 Sekunden sein Ergebnis. Horstjums Carla, 7-jähriges Pferd aus Holstein, von Giacomo Malot, Incipit. Züchter Siegfried Mietzel, Reiterin Julie Fiat, Reitkopf Zoltingen. Züchter Siegfried Mietzel, Reiterin Julie Fiat, Reiterin Julie Fiat. Züchter Siegfried Mietzel, Reiterin Julie Fiat. Züchter Siegfried Mietzel, Reiterin Julie Fiat. Ohne Strafpunkte, 70,68 Sekunden, die Gebäude zeigt.